Hallo, ich bin der Herr und komme aus Karlsruhe. Hallo, ich bin Anst hier und komme aus Nordrhein-Westfalen. Ja, für mich bedeutet Vielfalt im Sport, dass halt auch so was wir jetzt hier beim Endkampf für die Jungen in der Olympia auch die Paralympics-Athleten starten dürfen. Es ist schön zu sehen, dass halt diejenigen auch im Rollstuhl sozusagen ihre eigene Disziplin haben. Tut halt die mit in den Sport einbieten. Ja, also für Vielfalt bedeutet es für mich, dass auch ich hier machen kann, was ich will und dass ich daran erinnert werde und dass ich auch vielleicht Sport mit den Paralympics, also dass ich mit denen eingebunden bin und dass ich mit denen zusammen trainieren kann und machen kann, was mir Spaß macht.